Die Bibel sagt in Matthäus Kapitel 6 Vers 9 Und dann würden jetzt Protestanten und Katholiken und so ziemlich fast alle anderen Christen sagen, ja genau dieses Gebet, das sollten wir beten. Und es wird in jedem Gottesdienst wiederholt, genau dasselbe Gebet, genau das Vaterunser, das wir hier lesen. Aber ist das wirklich, was Jesus gelehrt hat? Dass wir genau exakt dieses Gebet beten sollen? Was sagt die Bibel wirklich? Die Bibel sagt, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Sagt Jesus, deshalb sollt ihr dieses Gebet beten? Nein, sondern er sagt, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Das heißt, das Vaterunser, das wir hier lesen, Matthäus Kapitel 6, ist eine Art und Weise, wie wir beten sollen. Das ist kein Gebet, das wir einfach rauf und runter plappern sollen, sondern das ist eine Art und Weise, wie wir beten sollen. Das ist ein Schema für ein Gebet, das Gott gefallen würde. Das, was Jesus Christus selbst uns lehrt, auf diese Art und Weise sollen gebeten. Das ist etwas, was wir in falschen Religionen finden, wie zum Beispiel dem Katholizismus. Und der Katholizismus ist eng verbunden mit dem Hinduismus. Und was machen Hindus und Katholiken? Sie labern einfach ihre Mantren, ihre Gebete rauf und runter, ohne Sinn und Verstand. Irgendwie 50 Ave Marias und 100 Vaterunsers, so nach dem Motto, hey, Gott wird dein Gebet nicht hören. Das ist einfach nur ein Mantra, was du rauf und runter laberst. Es geht nicht darum, ein vorgefertigtes Gebet zu beten, sondern Jesus sagt, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Das ist ein Schema, das Vaterunser. Und was gibt uns das Vaterunser vor? Wir sollen eben zuerst unserem Vater im Himmel die Ehre geben. Es geht nicht zuerst um unsere eigenen Anliegen, sondern zuerst darum, dass wir Gott die Ehre geben. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Also nicht zuerst, das ist, was ich will, sondern zuerst Gottes Wille geschehe. Wir sollten trachten nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Wir sollten uns wünschen, dass Gott sein Reich auf Erden aufrichtet. Das ist etwas, was viele Christen nicht auf dem Schirm haben, dass Jesus Christus buchstäblich hier auf der Erde regieren wird im tausendjährigen Reich. Und wir sollen das wollen. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und erst dann gehen wir über dazu, um unser tägliches Brot zu bitten. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Führ uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Und dann beenden wir das Gebet eben wieder, damit, dass wir Gott die Ehre geben. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in der Ewigkeit. Amen. Also wir beginnen mit unserem Vater im Himmel. Wir wollen Gott zuerst die Ehre geben. Es geht um seinen Willen, dann geht es um unsere Anliegen. Und dann geht es eben nochmal um den Herrn. Das ist ein Schema, wie wir beten sollten.